also ich gehe davon aus ich muss die dinger in die räume schleppen und darf mich nebenbei nicht von dem freak erwischen lassen dass wir gucken jetzt mal hier in die räume ob ich irgendwo das foto finde von der nein 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 war das die testen es einfach mal passiert was wieder raus hier war ich schon drinnen die war es auf jeden fall nicht hier wer drin gewohnt nein nur kittys nur babys hier wahrscheinlich auch bloß babys ja 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 und hier ist auch nichts oh gott was ist denn wenn der komische kunde hier runter kommt lauf 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 doch mal ich will wissen was mit dem hans mann ist was mit dem verdammt noch mal passiert oder mit uns schnell mal hier die räume durch gucken hier ist nichts hier nicht hier nicht hier nicht hier nein irgendwo oben ist die tür oder weg oder hinten und hinter mir oder irgendwo anders ist nicht so zugegangen ich höre gerade so ein tappsen so ein trippeln ist das die uhr oder sind das hier seine beine ich habe eine uhr wo kommt die uhr her wo kommt die uhr her mir auch nicht und da wahrscheinlich auch nicht ne hier hinten ist auch nichts aber wo muss ich denn hier mal hin Gott ich bin nicht nach oben aber ich muss ach man ne du nicht du auch nicht wer war hier keiner hier ist auch keiner das ist hier auch nichts hier wo muss ich mit diesen komischen scheiß haargummi haarband keine ahnung was es ist hin wer ist noch so eine puppe ah jetzt schmeißelt er weg ich habe gedrückt nein nimmst du auf du trottel ok hier ist auch nichts hier nichts und hier drüben wahrscheinlich auch nichts da war kevin allein zu hause ok na dann los andere seite ich gucke hier mal hin jetzt ob das Vieh hier noch ist ne es ist weg aber ich habe das vorhin hier gesehen ja also ich habe mir das nicht eingebildet definitiv nicht so schnell rüber lauf doch mal hier nichts hier nichts ah das bringt einen zu verzweiflung wir finden nicht das oder ich finde nicht das wo ich hin muss mit der komischen clean hier geht das jetzt auf nein ich hoffe das lockt den nicht an hier ist auch wieder ein leerer raum geht die jetzt auf geht die jetzt auf nein oh schmeiß es doch nicht weg so hier noch ein raum auch leer hier vielleicht ne das war die ach man ich finde einfach das zimmer nicht von der oder habe ich das schon nicht gefunden die treppe ja die ist ja abartig äh spiel hier fehlt der boden warum fehlt denn hier der boden das ist nicht schön dass der boden da fehlt gehen wir nochmal weg und gehen nochmal hin so komm schon laufe jetzt ist der boden wieder da sehr schön soll ich mir das vorstellen also wer ist hier drin da ist er da ist er er bringt mir auch nichts zu äh wo hast du das hingeschmissen so und hier dürfte auch nichts sein hier war aus der kunde und hier war nur noch ein anderer schulungsraum schön wo muss ich hin mit dem die lumpe und warum geht das totemorf dazu soll ich die tür aufmachen und nicht das ding wegschmeißen ach ja hier steht ja wenn ich jetzt noch wüsste wo der war irgendwo oben glaube ich hier geht es hoch ach stimmt hier ging es ja hoch beim letzten mal aber er geht ja nie hoch weil weil weiß nicht komm hoch ja sehr schön machst du das aber hier hast du auch nicht zu wissen oder ne hier nicht hier nicht hier nicht hier nicht hier nicht na gehst du hier bei freundchen so ein bisschen buggy ist es auf jeden fall noch aber trotzdem möchte ich wissen was ich machen muss warte mal ich weiß ach ne das ist ja weg wir gehen nochmal kurz oh diese tafel ich geh nochmal kurz auf das metronom hier wer könnte das metronomie brauchen oh das ist eigentlich vollkommen langweilig mit sicherheit für euch gerade kann ich mir ganz ganz gut vorstellen mhm mhm wo muss das komische Dings hier hin oder die komischen Rosen die da draußen waren oder allgemein irgendwas ja das ist schön dass du mir das erklärst ich habe das war gerade die Tür hier komme ich nicht lang weil Papa hat keinen Schlüssel so nach hier wird es nicht weiter gehen du sollst laufen und nicht schleichen so nach hier geht es nicht weiter so jetzt muss in die andere Richtung weiter in die andere Richtung finde ich nichts da habe ich hier nur wieder das hier das hier habe ich irgendwo ein Inventor oder irgend sowas wo ich die ganzen Teile nochmal sehen kann ne das will ich nicht C ist hinhocken das nicht T Q R Escape ist nichts wo soll ich denn mit dem Blümchen hin ist hier vielleicht irgendwo ein Schlüssel drin drin irgendwie irgendwo ne was ist hier bei dem Brunnen hier diese komische was ist denn das hier wie heißt das prima ballerina diese Spieluhr ja mh ach man das kotzt mich grad an weil ich nicht weiß was ich machen soll richtig ich kann doch nicht jeden Gegenstand nehmen und zu jedem ins Zimmer nochmal laufen vor allem weil der Kunde ja nicht aus dem Tee kommt beim Laufen beim Laufen da geht doch Stunden mh ich hier irgendwas erreiche gehen wir mal hier rin ist das hier für euch ich habe keine Ahnung und ehe ich hier noch ewig rumlaufe da muss ich mich belesen tut mir leid vielleicht schreibt ihr auch schon in die Kommentare bis ich das nächste mal aufnehme falls ihr irgendwie wisst was wie wo warum weshalb deswegen aber ansonsten mache ich hier erstmal kurz eine Pause und werde mich mal belesen wie wir weiterkommen weil sonst macht es keinen Spaß ich glaube jetzt hier sinnlos rum ich habe meinsmen zwar schon gefunden aber irgendwie Sinn macht es noch nicht so ernst also bis dahin ich hoffe ja trotzdem Spaß beim mitgruseln und ja macht es gut erstmal bis です bis 2 bis 3 bis 4 bis 4